Marwis, der führende Hersteller von Waschanlagen in Polen und einer der führenden Hersteller in Europa, der seinen Kundenkreis erweitern möchte, nahm an der Automechanica 2018 in Frankfurt teil, welche eine der renommiertesten Automobilmessen der Welt ist. Die Besucher des Marwis-Standes hatten die Möglichkeit, bekannte und bewährte Produkte zu sehen, aber das Hauptereignis war eine Präsentation einer Vorrichtung zur Regeneration von DPF-Abhydro-Reinigungsfiltern. Zahlreiche Gespräche während der Messe inspirieren die Entwicklungsabteilung von Marwis, nicht nur um die eigenen Produkte zu verbessern, aber auch um die Erwartungen der Kunden besser erfüllen zu können, denn das stellt unser oberstes Ziel dar. Das Unternehmen zeichnet sich durch hohe Qualität der Reinigungsgeräte, günstige Preise und langjährige Erfahrung aus. Wenn Sie sich für Marwis-Geräte interessieren oder unser Vertriebspartner werden möchten, kontaktieren Sie uns bitte hierzu.